Hallöche meine Freunde, herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen auch wieder bei der Lizzy. Hi Leute! So, wir haben unsere Waffen wieder gepimpt, haben uns bereit gemacht. Äh, hast du die Lobby, ähm, offen? Das mach ich sofort, keine Panik. Okay, gut. So, Sichtbarkeit öffentlich. Ihr könnt es alle auf meinem Kanal sehen. So, öffentlich. Inversion ist nicht erlaubt, also keine anderen Spieler dürfen uns angreifen. Wobei das bestimmt mal interessant wäre, das hab ich auch noch nicht gemacht. Hab das auch noch nie gemacht, keine Ahnung wie das ablaufen soll. Ja, da können dann einfach random Leute bei dir rein und das sind dann PvP-Gegner. Einfach so, oder wie? Ja, einfach so. Was aber auch komisch ist, wenn es doch heißt, wir sind die letzte Hoffnung in Menschheit und dann auf einmal kommen Gegner rein, die halt... Kämpchen gegeneinander. Ja, das ist irgendwie komisch. Aber naja, gut. Das ist so dieses Dark Souls-System, halt mit diesen dunklen Seelen oder schwarzen Phantomen, besser gesagt. Ja, und hier hat man ja eigentlich die Kerne zum Einsammeln. Richtig. Äh, so, ich guck mal kurz auf die Karte. Okay, oben links müssen wir ja hin. Wow. Hui. Kommt. Sag immer. Lauter uns. Ah, da ist schon jemand. Da ist schon jemand beigetreten. Haben wir gleich mal Verstärkung bekommen. Hoffentlich ist es ein Heiler. Einen Heiler können wir wirklich gebrauchen. Ne, das ist mein... Äh, das ist mein Charakter. Ach. Und dann wird höher. Auch nicht verkehrt. Kann man auch gebrauchen. Äh... Wie sind wir nochmal nach oben gekommen? Ähm, das war... Wir müssen einmal... Ja, einmal hier rum. Und dann nach oben. Ja, irgendwo über ein Gerüst wahrscheinlich. Ja, genau. Hui. Ich war gerade so konzentriert, dass ich nicht sterbe. Ach man. Nein. Eine Sorge. Die haben, äh, noch mehr Besuch. Pinky. Ich merk's. Pinky, I need help. So. Lass mir dich erstmal auferstehen. So, wir haben jetzt noch einen Dings. Aber was zum Geier machen die denn? Müssen doch zusammenbleiben. Egal, die werden ja eh zu mir geportet, oder? Genau. Korrekt. Achso, die haben... Hä? Was sind die denn da? Ja, die müssen ja eh hier lang, ne? Also, ähm... Ist ja wurscht. Früher oder später kommen sie alle zurück. Ja. Halbe Lebensenergie. Ah! Hui. Boah. Ah, ne, die müssen wieder runter, ne? Äh, die Zielgebiete räumen und markieren. Okay, also können wir wieder gehen. Markiert sind sie, ja? Ähm, mal kurz auf die Karte gucken. Die könnten hier oben lang gehen, den Kontrollpunkt aktivieren. Ja, das könnten wir machen. Und dann, äh, hinten wieder runter gehen. Die anderen zwei laufen immer so einen komischen Weg. Aber naja, egal. Darauf nehme ich jetzt keine Rücksicht. Ohne Rücklicht. Auf Phantome. Gut, gut. Hoffentlich hole der jetzt nicht die ganze Zeit rum. Das nervt uns. Was ist denn das hier? Zerschlage. Oh, Herausforderung. Ach, der hat das aktiviert. Wer hat das denn aktiviert? Du hast das aktiviert, oder wer? Nee, dieser, äh... Irgendeiner von denen halt. Der hat das jetzt hier gerade auf dieser Brennpunkt hier aktiviert. Ach, das war's schon. Auf diesem blauen Punkt, ne? Ach, jetzt kriegen wir so eine coole Kiste mit ganz viel coolem Zeug drin. Oh. Wo waren denn nur ein paar Gegner? Ja, das war jetzt echt nicht so der Burner. Ach, die haben hier unten schon die Geschütze aktiviert. Okay. Okay, ich markiere mal die Dropzone. Mhm. Ach, hier sind die MG's drin, genau. Ach, hier ist noch eine Kiste an dem LKW entlang. Mhm. Okay, dann können wir jetzt nach oben, nee, müssen wir nach unten und dann nach links. Nee, also kurz nach oben, genau, und dann nach links abbiegen. Okay. Ich vertraue mal deiner Führung. Hier ist die Kiste. Hab da nur auf die Karte geguckt. Ich hab die total übersehen, ne? Ich hab halt sowas, so ein Gespür dafür. Ich find sowas. So, wo geht's lang? Da lang. Ist das hier die letzte Dropzone? Oh, oh, oh. Guck mal hier. Oh, oh. Okay. Was, wir gehen blind rein? Hat die gerade gesagt. Au. Ja, also wieder hier lang, ne? Ja, doch, wieder hoch. Ich war gerade am überlegen, wo geht's jetzt lang? Ich überlasse die Navigation einfach dir. Okay. Dann hier runter. So, jetzt sind wir wieder auf dem rechten Tor. Wow. Oh nein. Todesboote. Ich hasse die Viecher. Da ist mir mal einer begegnet, da war ich ganz alleine unterwegs. Das war die Hölle. Oh, ganz alleine. Ja, ganz alleine. Oh. Das war ich, glaub ich, ausnahmsweise. Ich glaub, dieses Mal war ich's. Äh, was zum, wie sollen wir denn, wie sollen wir denn, wie sollen wir denn, wie sollen wir denn bitte schütteln? Oh, 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 oh. Äh, wir müssen abhauen. Okay. Äh, wir müssen sofort, äh, zum Evakuierungspunkt laufen. Okay. Na, das kann ja was werden. Hab ich mir auch grad gedacht. Oh mein Gott. Bombardierung. Oh mein Gott. Oha. Verdammt. Lauf doch. Ich hab keine Geschütze, nix. Äh, Geschütze sag ich schon. Ich hätt gern zwei, drei Schilde, die ich aktivieren könnte. Ach du heilige. Oha, verdammt. Ich glaub, ich lieg gleich am Boden. Ja, bin tot. Nur noch der Gelbe. Und du. Oha. Ach du scheiße. Was macht der Gelbe? Ich glaub, er macht nicht viel. Ja, der hängt da ganz am Anfang, ja. Ja, der hat da irgendwie so ein bisschen Probleme. Der, der acht, der wollte den Lilan wieder beleben. Na, vielleicht schafft das ja noch. Komm schon, komm schon. Ihr schafft es. Oh, hat geklappt. Probe noch mal nice. Nach oben, oder? Genau. Oh scheiße. Die das hinkriegen. Uh. Nur noch der Gelbe. Oh, eine Horde. Ich glaub, jetzt hat er echt gelitten. Wenn er das jetzt schafft, ist er echt gut. Ja. Dann geb ich einen fetten Applaus für IFRTL. Keine Ahnung. IFRT1. Oh, er hat's nicht geschafft. Okay, Ende. Ich glaub, wir sollten zusammenbleiben. Ja. Äh, wie sollen wir das in andere mitteilen? Aber hier. Oh, wo hab ich denn die Granate hingeworfen? Weiß ich nicht. So, ich hab mal ein Schild aktiviert. Ja, das ist aber irgendwie nicht bei mir angekommen, ne? Was? Ach, scheiße. Das hat ja ein Radius. Ja, äh, war zu weit weg tot. Ja, keine Sorge. Wir holen dich. Wir haben dich. Na, danke sehr. Ich versuch's mal jetzt hier im Moment eine Bombardierung. Ah, einen Moment. Erst mal. Ja, jetzt. Haben wir hier nicht schon genug Bombardierung? Boah. Nein, ich bin zu weit weg von dir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, war grad beim Heli, ne? Ich wollte den gerade suchen, ne? Ja, ich war noch bei den anderen zwei, weil die hier oben so ein bisschen abgammeln. Egal, bin wieder da. Oder? Nee, ach nee, das ist die gelbe. Doch, du bist wieder da. Ach, genau. Läuft gerade sehr verplant hier. Ja, ein bisschen. Hilfe. Ich fühl mich grad so alleine. So, wir haben den Heli, äh, gerufen. Jetzt müssen wir eine Minute warten. Okay. Oder hier eine Minute überleben. So, jetzt hat jeder ein Schild, oder? Oh, der gelbe Lieb. Ich weiß. Oh, der gelbe Lieb. Ich weiß. Okay, noch eine halbe Minute. Oh nein, eine Horde. Ich hab noch ne Bombardierung, ne? Ich hab gar nix mehr. Doch, ich hab noch so nen Viereck-Schuss. Okay, der hat schon mal gesessen. Oh, 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 oh. Ach, du Heilige. Oh nein, guck mal, wie viele wollen. Oh nein, wir müssen das überleben, wir müssen das überleben. Oh mein Gott, guck dir das überleben. Oh. Wie viele hier sind. Ich schieße ja schon. Meine Minigun gibt nicht mehr her. Ich will wenigstens noch mal ein Nut hier einsammeln. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Nein, ich wollte grad in den Heni rein und wurde dabei umgebracht. Keine Sorge, wir sind ja noch da. Wir holen euch. Danke. So, und jetzt können wir... Darf ich meine Kiste noch haben? Ich krieg noch nen Herzinfarkt, ey. Okay. Scheiß auf den Boss jetzt. Ja, komm, wir gehen, ey. Boah, le- Wollte grad sagen. Das war noch auf, äh, einfach, ne? Ähm. Na ja, das war jetzt auf Experte. Also auf normalen Schwierigkeitsgrad. Ja, auf normal, genau. Auf normalen Schwierigkeitsgrad, weiß ich jetzt. Aber das war schon leicht anstrengend. Aber genau elf Minuten haben wir gebraucht. Exakt. Und wer hat gewonnen? Wer ist der Beste? Wie machst du immer so schön? Wah, 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 wah. Oh, ist das cool. Naja, ich würde sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Wir brauchen jetzt erstmal ne Pause. Das war sehr, sehr, äh, nerven darauf reibend. Oh ja. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Waffen pimpen und, naja. Genau. Wir sehen uns wieder. Also, bis dahin. Macht's gut. Alles klar. Bis dahin. Vielen Dank.